happy birthday to you herzlichen glückwunsch an alle Leute die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei RedDogGamble ich spiele mal wieder Meche Arena und ja ich werde Wettbewerb spielen glaube ich ne ja ich spiele Wettbewerben viel Spaß ok ich denke es müsste jetzt losgehen ich höre schon den Sound mein Internet ist immer noch so larmarschig das ist ängerlich 5 gegen 5 ok ich bin schon online mit ein obwohl ich noch kein ausgewählt habe weil mein Internet halt so langsam ist es ist ein bisschen hier laggy so wie es aussieht ist das schlimm was ist da los mit der Internet alles bislang liegen wir vorne würde ich sagen so double kill aaah rennt er mir hier von der mütze und weg ist er aber mit den ersten erst mal gespielt erst mal erst mal schon mit dem zweiten diese runde mit der artillerie ist auch nicht ganz so gut ich habe ihn verletzend ich habe ihn verletzend Wooh! War internet? Hm, naja. Hm, wir waren im zweiten. Okay, that's fish. Oh, da ist einer runtergesprungen. Ach, schade. Okay, dann nehmen wir jetzt den dritten. Na ja, schießt man mit einem Minigun dahin. Aber man kann gar nicht überspringen, schade. Ich dachte, ich könnte da raufspringen. Habe es noch nie ausprobiert. Okay, stop the fire. Okay, stop the fire. Okay, stop the fire. Okay, stop the fire. What? Was suchen die denn hier? Ah, gleich bin ich tot. Ah, jetzt ist er gestorben. Egal. Du hast ihn verloren. So. Haben wir hier schon einmal mit fast allen gespielt. Einer fehlt noch. Das werden wir in der nächsten Runde tun. Mit der Artillerie. Einmal werde ich da mitspielen, aber dann glaube ich auch nicht mehr. Ne, ich denke nicht. Wir werden das sehen. Bis gleich. Okay, es geht los. Die zweite Runde. Ich hoffe, es wird besser. Aber mit dem muss ich jetzt anfangen. Es wird, glaube ich, nicht besser. Wir sind schon alle am Laufen hier. Ah. Mein Internet ist schon langsam. Gut rübergekommen. So langsam. Komm mal, das Bild hier ein bisschen schwimmt. Oh, ich habe einen getroffen. Also mit dem kann man sich an zwei Ecken hinstellen. Einmal hier vorne für Artillerie zum Wegschießen. Da geht es natürlich nicht. Da ist ein Dach. Und die andere Seite wäre auf der anderen Seite. Da können wir auch gleich mal hinlaufen. Wenn es zu gefährlich für mich wird hier. Ja. Ein Kill. Wer sagt es? Es geht. Es wird schwierig, aber es geht. Die sind so schnell. Oder bin ich so langsam. Verstecken. Rausrennen. Und. Schießen. Und verstecken. Und. Ach. Alle oben gegen geknallt. Alles oben gegen. Okay. Die sind alle auf der anderen Seite. Wir rennen mal rüber. Ach. Nö. Ich wollte doch gerade rüber rennen. Nachspielzeit. Ups. Ginga. Deckel geschossen. Und die andere Stelle wäre dann hier. Beziehungsweise da unten geht es auch noch. Aber hier hat man so wenig Platz. Egal. Gut. Und. Eine Runde. Schenken wir denen. Jetzt komme ich mit denen hier. Ich hoffe, wenn das Internet nicht so doll leckt, werden wir vielleicht gewinnen. Ah. Stammen ja alle vor der Linse. Ok. Ah. Daneben geschossen. Oh, da fehlt hier. Ja, ok. Trotzdem getroffen. Ahahaha. So, weggesach. So, da kommt der nächste. Ja, getroffen. Ah, der hat noch ein Leben. Wenig. Aber er hat noch Leben. Jetzt hat er ein bisschen mehr. Weggesach. Ah. Da steht mir im Weg. Kann ich nicht schießen. Jetzt aber. Uh, Raketen. Ich werde anvisiert. So, den auch mal weg. Die Runde war doch schön, oder? Aber wir nehmen jetzt den nächsten und dadurch werden wir wahrscheinlich wieder verlieren. Zack. Oh. Oh. Ich bin in den kleinen Abgrund geflogen. Meine Güte. War das knapp. Don't do so. Ah. Ah. Ich werde anvisiert. Ich wollte doch gerade da weg. weg. Schi. Ach. Der hat mich erwischt. Hat er um die Ecke geschossen, oder? Warte. Okay. Wer ist jetzt weg? Rache. Rache. Hat er eine Schrottgarten gehabt? Schaff ich die noch? Und? Na? Ach. Dankeschön. Dankeschön. Dass ihr mir geholfen habt. Und jetzt ist der weg. Der weg. Der weg. Der weg. Jawoll. Ach. Verloren. Wieder. Das war die zweite Runde. Und die zweite Niederlage. Aber ich bin the member. The play of the match. Okay. Dann schauen wir nochmal hier nach. Hab ich von mir die Punkte angeschaut? Weiß ich gar nicht. Also ich hatte auch eine Gäune. Die meiste Tötung gehabt. Und. Eine Silberne. Oder Kupfer war das. Ja. Egal. Ja. Jupp. Drei Queste abgeschlossen. Jupp. Dann war das ja schon alle meine Dailies. Beste Spieler. Okay. Gut. Dann würde ich mal sagen. Bis zur nächsten Runde. Viel Spaß. Die nächste Runde geht los. Die dritte. Und. Wir haben aufgehört. Und. Oh. Muss mit dem Wetter machen. Ne. Dann bewegt er sich nicht. So. Jetzt. Zack. Zack. Zip. Ein Schuss. Es geht. Ich kann schießen. Ich kann nur nicht treffen. Oh. Da oben. ein Assistant. und ich bin ich doch nicht daran dass du raketen daher habe doch kein speck in der tasche okay der player ist dauernd abgang gemacht ich meine durchschießen wieder ein bisschen lege hier muss ja auch mal sein alles sieht gut für uns aus aber ich habe noch nicht mit der artillerie gespielt jetzt kommt meine artillerie so ich sage euch jetzt mal den anderen punkt den ich meinte mit der artillerie stehen kann habe ich eigentlich schon gezeigt aber der schon dauern hätte das gedacht nicht so nah dran also eigentlich muss ich schon da dran aber nicht in der mitte stimmbar überlaufen wieder oben alle gehen alles verschossen ah der ist komme ich da vorbei auch nicht ach mensch das das ist so nervig richtig schlecht die runde da ganz hinten ist einer alle oben gegen das kann man doch kein sagen das kann doch nicht ein schuss an das okay jetzt jetzt es wird gerade ein bisschen läge gewesen ist ein paar durchgekommen ich habe getroffen glaube ich dahinter und wir haben alle gegengehauen na sicher ich habe nur einmal getroffen also am wenigsten schaden würde ich sagen habe ich jetzt gerade gemacht also am schlechtesten gespielt so zu sagen afk spieler ich habe den wahrscheinlich immer so ein bisschen verwirrt wird artillerie und wenn ein spieler mit bei ist der denkt dann hatte sechs maß ist denn ach davor mit den anderen das kann sein ja aber jetzt gerade nicht gut dann will schon wieder sagen das war es für heute schauen wir uns mal das ergebnis an blub 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 ob ich das noch schaffe ich bin noch zwei tage hier dann bin ich schon wieder weg dann schon wieder urlaub so viel urlaub schlimm das problem ist wenn man viel urlaub hat hat man wenig geld hat man viel geld hat man wenig urlaub so viel so was heißt urlaub freizeit hast du viel freizeit hast du weniger geld weil du weniger arbeitest hast du mehr freizeit hast du mehr freizeit hast du mehr geld hast du mehr freizeit hast du weniger geld habe ich das jetzt richtig gesagt ich hoffe es gut dann würde ich mal sagen ich war der beste der drückbeste dann würde ich jetzt aber mal sagen dankeschön fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr noch mal nächstes über sein deutschland bis дальше dann wünsche ich euch viel spaß und auf wiedersehen Chile Ciao, ciao.